Hinter mir befinden sich gerade 100 Bockblins, gegen die ich jetzt alle gleichzeitig kämpfen werde. Das ist aber nur die erste von elf Gegnerwellen, gegen die ich heute antreten werde und glaubt mir, es wird nicht weniger chaotisch. Drei, zwei, eins, go! Yo! Okay, die ersten sind tot, sehr schön. Ich muss hier rauskommen, ich muss hier rauskommen. Die werfen sich ja selbst mit Steinen. Das bringt mir ja voll was. Und Drehattacke, los! Yo! Alles ist befriedigend. Haben die eine Chance? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Haben wir schon die Hälfte? Ich glaube noch nicht, oder? Alter, ich kann es gar nicht einschätzen. Oh, scheiße, oh, scheiße. Um es mir nicht zu einfach zu machen, bin ich weder besonders gut ausgerüstet, noch darf ich mich hochheilen. Ich habe mich dazu entschieden, die Bockblins mit ihrer eigenen Waffe zu schlagen. Also wortwörtlich, ich schlage sie halt mit ihrer eigenen Waffe. Alter, es sind immer noch so viele. Let's go! Oh mein Gott, Alter. Ich hab noch halbe Leben, ich muss mich beeilen. Okay, das sind die letzten. Wir haben es gleich. Zack, zack, zack. Noch zwei und der letzte. Sehr schön. Das war ja viel zu einfach. Als nächstes stelle ich mich 100 Mobblins. Meine einzige Waffe hierfür ist eine Mobkeule, mit der ich nur sehr langsam angreifen kann. Okay, das wird jetzt schon deutlich schwieriger, denke ich. Let's go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist immer noch keiner gestorben. Ach du Scheiße, halten die viel aus. Ja, die halten viel zu viel aus. Oh Gott, das kann richtig eklig werden. Ich meine, diese Drehattacke ist richtig stark, aber die halten super viel aus. Einfach drehen, Lincoln. Einfach durchdrehen. Oh, ich mache viel zu wenig Schaden. Ich mache viel zu wenig Schaden. Das könnte wirklich knapp werden. Immerhin treffen die mich nicht so oft. Das ist auch ganz gut. Bats, Alter. Ja, oh Gott, die meisten sind immer noch da hinten. Ach du Scheiße. Die anderen checken es auch gar nicht. Die sehen da hinten überhaupt nicht, was hier abgeht. Irgendwann soll die herkommen vielleicht. Zack, zack. Auch mein Slow-Mo natürlich. So, jetzt wieder auf die große Horde zu. Komm schon. Yes. Alter. Dieser Schlag auf den Boden ist eigentlich relativ mächtig. Damit treffe ich halt jedes Mal so viele. Okay, aber wir haben es gleich geschafft. Und ich habe kaum Leben verloren bisher. Aus irgendeinem Grund sind die Bocklins besser am Angreifen. Noch drei. Zwei. Einer. Komm schon, Mann. Stirb. Let's go. 100 Moblins. Easy. Ja, das war wirklich noch zu einfach. Aber wie sieht es denn gegen 100 Exalfosser aus, die ich nur mit einer Exallanze attackieren kann? Exalfosser sind viel schneller als Bocklins oder Moblins. Und mit einer Lanze kann ich keinen Flächenschaden verursachen. Boah, die jetzt nur mit einer Lanze zu bekämpfen, wird richtig eklig, Mann. Egal, auf, rein da. Oh je. Oh je, oh je. Ich meine, immerhin treffe ich mehrere mit einem Stoß. Das ist ganz gut. Aber trotzdem, das wird lange dauern. Und die greifen irgendwie nicht wirklich an. Aber das ist ganz geil. Lincoln rechnet sich immer nach dem Exalfoss aus. Muss überhaupt nicht lenken. Das machen ja für ätzende Geräusche die ganze Zeit. Ja, okay, wir machen Fortschritte. Das sind immer noch super viele. Ich finde es so interessant, dass immer nur ein paar angreifen und die anderen einfach nur im Hintergrund stehen und anfeuern oder so. Schade, warum hat das nicht funktioniert? So, und der Letzte. Friss das, Mann. Zack. Geht doch. War ja jetzt auch nicht so schwer. Okay, wir müssen uns steigern. 100 Nanowächter. Okay, das kann ja schon richtig lustig werden. Weil die können auch über die Distanz angreifen. Und die verletzen sich nicht gegenseitig. Warte mal, sind die One-Hit? Die gehen mit einem Treffer K.O.? Dann habe ich nichts gesagt. Hä, das geht ja voll. Ey, die halten ja gar nichts aus einfach. Boah, wie satisfying. Achtung. Hm, geil. Oh, wie schön, Junge, wie schön. Wir müssen einfach nur ein bisschen auf Distanz gehen und mehr angreifen. Gegen den Laser kann ich halt nichts machen. Ich habe kein Schild. Aber selbst schuld, würde ich sagen, ne? Ihr könnt mir nicht entkommen. Ja, guck mal, wie eklig die sich verteilen hier. Das ist ja schrecklich. Ganz dahinten. Von ganz dahinten greift der an. Ich glaube es nicht. Das ist echt ironisch. Je weniger es werden, desto schwieriger wird es. Junge, bleib jetzt hier, Alter. Okay, die letzten drei. Zwei, eins. Dazu frisst das hier, Alter. Schiss. Die Nanowächter waren zwar nervig, aber keine richtige Bedrohung. Wirklich gefährlich hingegen sind zehn Wächterläufer, die einen gleichzeitig anvisieren. Okay, scheiße, Mann. Das ist halt, glaube ich, die beste Waffe hierfür. Aber trotzdem, das wird richtig eklig. Ja, das sieht schon nicht so gut aus. Gut, danke fürs Verstecken. Meine einzige Waffe hierbei ist das antike Großschwert, a.k.a. die coolste Kettensäge aller Zeiten. Nein, nein. Oh Gott, Alter. Ah, ah, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Fuck, Alter. Oh mein Gott, noch nie viel Schaden. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt muss ich hier erst mal wieder rauskommen. Okay, die haben mich nicht getroffen. Ich wurde nicht getroffen. Mega knapp. Immer verstecken, immer verstecken. Wichtig, wichtig. Alter, die haben noch viel zu viele Leben. Wow. Scheiße, 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 scheiße. Das schaut nicht so gut aus. Alter. Nein. Nicht gut, nicht gut, Bro. Scheiße, Mann. Scheiße. Gut, das hat nicht so geklappt, wie erwartet. Aber was passiert, wenn ich es nochmal versuche, nur diesmal ohne Waffe? Ich meine, es gibt ja noch Schilde. Okay, okay, das wird lustig, wird lustig. Ja, nice. Bisschen zu viele Laser. Oh, scheiße, Digga. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Geht doch. Oh, nice, nice, nice. Was hat das denn? Wir machen Fortschritte, wir machen Fortschritte. Aber es dauert ein bisschen. Alter, was zum Fick, wie viele waren das gleichzeitig? Oh mein Gott, das war richtig gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Alter, ist das dumm, holy shit. Okay, wir versuchen das nochmal. Die dürfen mich nicht zu sehr umzingeln, damit es ein Problem. Alter, kann der mal bitte weggehen. Warum ist der eine so ganz weit außen? Was soll das? Halt die Fresse. Kann ich jetzt bitte wieder aufstehen? Holy shit, wie lange rolle ich eigentlich schon? Die leben immer noch einfach alle. Ja, das ist gut, das ist gut. Gute Situation. Der erste ist kaputt, Alter. Endlich, holy shit. Den schön einzeln anvisieren. Okay, das war gar nicht mein Plan, Alter. Die töten ihn gerade alle. Es ist nicht mal meine Schuld. Scheiße, scheiße. Oh, fuck, ey. Oh nein, hör auf jetzt. Lass mich... Oh mein Gott, Alter. Junge, bitte hör einfach... Oh, Alter. Junge, kann ich bitte wieder aufstehen? Wie konnte ich hier gerade nicht getroffen werden? Ich habe keine Ahnung, wie das möglich war, aber es ist egal. Nice, ich habe zwei auf einmal reflektiert. Nice, noch einer ist tot. Okay, noch einer ist tot. Sehr schön. Und noch einer. Yo, jetzt läuft es aber wirklich. Noch einer. Alter, let's go. Es wird immer leichter. Es wird immer leichter mit der Zeit. Nice, der nächste ist tot. Einer nach dem anderen geht K.O. Sehr schön. Die letzten zwei, Alter. Komm schon, bitte. Ja, geht doch. Komm schon mal, noch drei Treffer. Eins. Wo willst du denn hin, Alter? Wo will er denn hin? Zwei. Komm schon. Let's go, Alter. Let's go, let's go, let's go. Was willst du machen, Alter? Was willst du machen? Gar nichts willst du machen. Als nächstes trete ich gegen die einäugigen Riesen an. Linke gegen zehn Hinoxe. Damit gegen Goliath in der Re-Edition 2023. Es kann nur episch werden. Okay, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Spaß, rein da. Ich muss mich beeilen, ich muss mich richtig beeilen, Alter. Die machen jetzt einer nach dem anderen auf. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, die machen noch nicht so viel Schaden. Das ist ganz gut. Alter, oh Gott, oh Gott. Okay, der erste ist tot, nice. Und die anderen haben alle ein bisschen Schaden genommen anscheinend, weil sie aufgewacht sind. Okay, aber schlag mal zu. Sehr schön. Oh je, sind das viele, Alter. Okay, die machen sich gegenseitig Schaden, was ich ganz nett finde. Ja, kommt, droppt euch, droppt euch, los, auf. Ich muss hier durch, ich muss hier durch, Achtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die hab ich nicht getroffen, was? Alter, die sind so schlecht irgendwie. Warum trefft ihr denn nicht? Junge. Okay, wenn ich die selbst bekämpfen müsste, wäre es, glaube ich, eine richtige Katastrophe. Aber wenn die sich gegenseitig bekämpfen, meinetwegen, ne? Ich glaube, das war es gleich, ne? Die meisten gehen gerade K.O. Wie nice, Alter. Ja, noch zwei, denke ich. Okay, sehr schön. Und der letzte, oder? Ja, tschüss, Alter. Aber wie würde ein Kampf gegen zehn Ibaroks aussehen, indem ich nur einen Bogen verwenden darf? Hm, was sind das wohl für Steine? Und jetzt die nur mit Bogen besiegen, Alter. Das könnte auch eine Kunst werden, wirklich. Ja, das wird definitiv nicht einfach. Den ersten kriege ich. Sehr schön, der erste ist down. Aber mache ich mir auch immer so unnötig schwer, ne? Sehr schön. Sehr schön, nice. Ja, nice. Nice. Oh, der ist tot. Und noch ein Treffer, Alter. Jetzt habe ich es immer drauf hier. Ah, fuck. Okay, ja, die machen doch ein bisschen mehr Schaden, als ich dachte. Nice. Oh, das war ein schicker Treffer. Der war auch richtig schön. Oh, mein Gott. Alter, was ist das denn, ne? Also, Ibaroks sind wirklich keine Rudeltiere, ne? Das funktioniert nicht ganz so gut. Alter, 100 Pfeile schon verbraucht. Das Leben immer noch fünf, Junge. Zack. Yes, sehr schön. So, und der letzte. Dich beende ich jetzt richtig ehrenlos. Zack. So, gar nichts kannst du machen. Oh, jo, wie viele Edelsteine hier rumliegen. Auch das war natürlich kein Problem. Wie schaut es aber gegen 100 Diga Novizen aus, wenn ich sie mit einem Kopfsammler angreife? Oh, je. Oh, Gott, oh, Gott. Okay, okay, okay. Das wird interessant. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, die machen viel Schaden. Die machen wirklich viel Schaden. Da sollte ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen diesmal. Oh, Gott, oh, Gott. Kannst du bitte aufstehen, Linkel? Kannst du bitte aufstehen langsam? What the fuck, ey? Hallo? Kann ich aufstehen, bitte? Hallo, bitte. Werde ich jemals wieder aufstehen können? Nein, tatsächlich bin ich nicht wieder aufgestanden. Also habe ich neu geladen und das nochmal versucht. Ich darf nur nicht hinfallen, ich darf nur nicht hinfallen, ich bin hingefallen. Ist ja einfach unmöglich, what the fuck. Okay, es ist, es sieht nicht gut aus. Egal wie vorsichtig ich war, früher oder später bin ich immer wieder auf dem Boden gelandet und konnte nicht wieder aufstehen. Tatsächlich muss ich mich gegen die Diga Novizen geschlagen geben, aber kann ich das dafür mit 100 Diga Offizieren aufnehmen? Oh je, oh je, oh je, okay. Gut, der Dämonenring ist ein bisschen stärker und die greifen nicht wirklich an. Das ist interessant. Holy shit, halten die viel aus. Aber wenigstens lassen die mir Zeit zum Angreifen, das ist ganz nett. Alter, Alter, sind das viele. Holy fucking shit, aber die reihen sich richtig schön auf, finde ich. Nein, Mann, bitte nicht. Komm schon auf. Alter, okay, ich darf nicht auf die zurennen. Die haben, ich kenne die Angriffsmuster von denen nicht ganz. Ja, sehr schön, sehr schön. Diese Geräusche, was ist das denn? Aber die ist mächtig, die Attacke ist mächtig, wirklich. Nein, okay, der macht viel zu viel Schaden. Fuck, Alter. Ah, fuck, Alter, no. Ey, wir haben einen von 100. Fuck, Junge, fuck, fuck, fuck. Okay, zwei, nice. Wo sind die anderen hin, ist die Frage. Einfach alle, die ich spawned, okay, interessant. Ich habe wirklich alles abgesucht, aber sie waren weg. Also habe ich das von vorne versucht und mich diesmal nicht so weit entfernt. Oh mein Gott. Warum habe ich keinen Schaden gemacht, hä? Aber die verziehen sich alle, es werden immer weniger. Hä? Leute, was ist denn los? Ihr seid ja eine Überzahl. Ihr könntet ruhig gegen mich kämpfen. Ah, das hier sind schon wieder die Einzigen, das gibt es doch nicht. Aufgreif an, los, mach doch, mach doch, hä? Was willst du machen, was willst du machen? Geht doch. Ja, ich sage jetzt mal, ich habe gewonnen, oder? Also, ich meine, wenn die nicht kämpfen wollen, selbst schuld. Es wurde mal wieder Zeit für einen Kampf auf Augenhöhe. Ohne dreckiges Teamwork oder Jammerlappen, die sich aus dem Staub machen, sobald es ernst wird. Okay, es wird lustig. Jetzt wird es richtig lustig. 30 Pyromagie, 10 Jänner Sorte. Let's go. Einer. Zwei. Ich muss den Vorteil nutzen, solange sie mich noch nicht entdeckt haben. Die Elektro-Träger sind halt echt die fiesesten von allen. Am besten auch auf Distanz spielen, ich darf nicht zu sehr in die reingeraten. Sehr schön. Ich habe nur noch einer. Yes, sehr schön. Okay, die anderen habe ich schon wieder vergessen anscheinend. Okay, ich glaube, Eis ist das zweitekligste Element. Scheiße, scheiße, scheiße. Zack, zack, zack. Es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft wirklich. Ich glaube, ich habe gleich alle. Zack, nice, ich glaube, das waren alle. Jetzt nur noch die Feuerdinger. Kommt schon, Jungs, ihr könnt mir auch nichts tun. Ihr könnt mir nichts tun, ihr seid die harmlosesten von allen. Und ich habe noch genug Leben, denke ich. Ich hasse die so sehr, das sind solche ekligen Gegner, wirklich. Komm schon. Eins, zwei. Ist er der Letzte? Ich glaube, er ist der Letzte. Zack. Und tschüss, Mann. Das waren alle, okay, nice. Hat auch bloß über 100 Pfeile gekostet. Und jetzt kommt es zum großen Finale. Ihr wisst genau, was es ist. Die Könige unter den Monstern Hyrule und dann gleich 10 auf einmal. Um für diesen Kampf gewappnet zu sein, brauche ich meine Barbarenrüstung und das ganze Leunens-Set. Ich bin bereit. Das wird lustig. So, Jungs, was geht? Habt ihr Bock auf Krieg? Oh Gott, das wird kritisch. Das wird nicht gut enden. Alter, wen greife ich jetzt an? Oh, fuck. Okay, es hat nicht funktioniert. Ja, das könnte sehr interessant werden, wirklich. Also, wenn ich das schaffen sollte, dann bin ich halt schon Gott so ungefähr. Ja, er wird mich treffen, er wird mich treffen. Oh, er wird mich nicht getroffen. Er hat mich doch betroffen. Okay, sehr, 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 sehr interessant. Ich weiß auch nicht, ob die sich gegenseitig Schaden liefern. Wir hoffen einfach mal drauf, okay? Ich meine, immerhin machen die mir nur jedes Mal ein Viertelherz Schaden. Er ist gerade ein bisschen sehr chaotisch, wenn ich ehrlich bin. Manche sind schon halb tot. Das ist doch nett. Digga, was ist das denn? Aufsteigen, hä? Aufsteigen, nein! Aber manche verlieren echt schon ganz gut Leben, muss man sagen. Alter, nein, ich hab, oh mein Gott, ich hab gerade so viel Leben verloren. Das war so dumm. Den ersten krieg ich vielleicht down hiermit, oder? Ja, nein, nicht ganz, nein, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Aber es ist fast down, komm schon. Wo ist der denn so los? Okay, da ist einer tot. Aber ich bin ausgewichen, auch stark. Boah, sehr stark, sehr stark, sehr stark, sehr stark. Nein, das ist so knapp, das ist so knapp. Was war das gerade, bitte? Die sind alle so low, die sind alle so low. Scheiße. Das machen wir nochmal. Was mache ich hier in der Ecke? Ich sehe einfach gar nichts mehr. Komm schon, Mann, bitte. Boah, das gibt's doch nicht. Was macht der Bockplüter hier auf einmal? Alter, verpiss dich mal. Das ist mega unfair einfach. Scheiße. Ach, Mann, Alter. Wir gehen's diesmal ein bisschen vorsichtiger an, okay? Hater würden sagen, es ist unfair, aber na ja. Die sind zu zehnt. Also theoretisch könnte man die echt so komplett besiegen. Das ist ja crazy. Ich steh echt schon nah an der Kante. Ah, na also, geht doch. Oh, yo, das macht richtig gut Schaden, Alter. Nice, Mann. Oh, drei Leute treff ich gerade. Wir müssen uns das überdenken. Ein paar sind echt relativ down, aber halt auch viele nicht irgendwie. Komm, den krieg ich. Nice, der ist tot. Komm, man stirbt jetzt endlich. Der eine ist endlich tot, Digga. Boah, greifst du auch an, oder? Er ist einfach gefrozen. Wenn der nicht weglaufen will, selbst schuld. Na gut. Fünf Herzen noch, komm schon. Jetzt gerade wird's ein bisschen einfacher. Aber es wird superknapp trotzdem. Es wird superknapp. Sehr schön. Sehr schön wichtig. Oh mein Gott, die sind alle so laut. Die sind alle so laut. Nein, jetzt noch einer ist tot. Noch einer ist tot. Ich hab's fast. Komm schon, bitte. Sieht so gut aus eigentlich. Let's go, noch einer. Jetzt wird's fast schon überschaubar. Holy shit, Mann. Holy shit. Nur noch zwei. Komm schon, Digga. Zwei ist machbar. Zwei ist echt machbar. Oh mein Gott, war das knapp. Nice, 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 nice. Komm schon, Digga. Ich hab so viele Leute besiegt in meinem Leben. Bitte, bitte, bitte. Ha, ich hab ihn. Let's go, Alter, ich hab ihn. Oh mein Gott, ey. Aber welche Gegnerhorde war denn jetzt die schlimmste? Schaut euch doch einfach dieses Video hier an, in dem ich alle Gegner aus BOTW in eine Tierlist einsortiert habe.